Wir sind Mainfranken mit ganzem Herzen. Denn hier leben und arbeiten wir und unsere Kundinnen und Kunden. Alleine im Jahr 2021 haben wir bei der Realisierung von regionalen Projekten mit rund zweieinhalb Millionen Euro geholfen. Über unser Spendenportal Wir Wunder ist es noch einfacher, soziale Projekte zu finden und zu unterstützen. Wir sind neue Wege gegangen, haben für noch mehr Digitalisierung und Kundenorientierung gesorgt. Dank Online-Banking, Beratung at home und den Dorfläden vor Ort wird Banking für unsere Kundinnen und Kunden immer komfortabler. Die Chip-Auszeichnung für die beste Smartphone-App und das beste Desktop-Banking unterstreichen diesen Anspruch. Und so sind unsere Ansprechpartner vor Ort und digital immer für Sie da. Voller Zuversicht und Freude blicken wir auf das Jahr 2022. Schauen Sie doch mal vorbei auf sparkasse-mainfranken.de slash 200 Jahre